Was geht ab Leute? Hier sind wir wieder, das war richtig. Ich bin Amir und er ist Eymann. Ich bin eben im Kamm, ich kann mich selbst vorstellen. Genau. Wir haben schon davor ein Praktikum als Fotograf bei Herr Stefan in Gießen gemacht und wir haben die Chance bekommen, dass wir in diesem Projekt ein zweiter Praktikum machen bei Eisenfischer in Limburg als Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Bis zum nächsten Mal.